Wir werden im Europaparlament, was immer wir tun können, um unseren Beitrag zu leisten, vor allen Dingen im Bereich der Finanzierung, wir werden alles tun, um diesen Beitrag kurzfristig zu leisten. Ich habe sowohl mit Herrn Präsident Papoulias als auch mit dem Premierminister Papademos über die Frage gesprochen, was wir kurzfristig und intensiv gegen Steuerflucht unternehmen können. Steuerflucht ist illegal, sie ist kriminell und in einer Situation, in der sich das Land befindet, ist sicherlich absolut angemessen, dass diejenigen, die über die entsprechenden Mittel verfügen, auch zu ihrer Steuerlast herangezogen werden. Alle Maßnahmen, die dafür notwendig sind, sollten ergriffen werden. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Danke.